Hier habe ich gerade noch etwas merkwürdiges gefunden, und zwar dieser Kanal, wenn ich jetzt hier Musik eingebe, dann gehe ich auf Blaze, sondern auf Kanal, dieser Musikkanal, 87 Millionen Abonnenten, dieser Kanal ist in deinem Land nicht verfügbar. Die Sprache ist egal, aber wenn man das Land hier ändert, sage ich mal, packe ich mal Frankreich rein, dann geht das, dann können wir die Videos hier sehen, die jetzt vorkommen, aber wenn ich dann ein Video anklicke, dann kommt das hier mit GEMA-Rechten wieder, obwohl hier steht in Deutschland, aber ich habe hier auch das Land Frankreich angegeben, aber trotzdem wird hier Deutschland angezeigt, das stimmt ja eigentlich auch, aber irgendwie ist das widersprüchlich. Ich hoffe mal, dass es euch gefallen hat, dieses Video.